So, dann sind wir jetzt auch am Start. Also, es gibt nur eine Regel, dass es keine Regeln gibt, ganz wichtig, dieses OEC-Ding, wirklich, manche Leute, die haben übertrieben, Isar und Breitenberg, letztes Jahr, das war viel zu viel, wirklich, ich schwöre, ich will sowas nicht haben. Ich hebe die Hand, was ist da dieses Özel, OEC, irgendwas? OEC ist out of character. Out of character, Carsten. Okay, meine lieben Freunde, es geht los. Rohat, 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 Rohat. Okay, hier ist mein Grundstück, hier ist mein Grundstück. Kann mich hier was killen, ich habe nur noch ein Leben. Rohat, bleiben wir hier oder suchen wir noch weiter? Wir bleiben, ich würde sagen, hier so in der Nähe kannst du halt dein Haus bauen. Es ist egal, es ist so durcheinander. Es ist so durcheinander gewesen, Digga. Es war so anstrengend. Okay, wir wollen ein Haus bauen, Chat, ne? Oh, diese Minecraft-Musik ist so schön. Also, sagt ihr, das da oben ist kein schöner Spot in dem Berg? Geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, aber wir wollen ja im Dorf so gemeinsam, wisst ihr, wie ich meine? Wir wollen ja im Dorf so ein bisschen gemeinsam ein Erlebnis haben, oder nicht? Meint ihr, meint ihr hier oben? Boah, Digga, der Ausblick ist natürlich babamäßig. Also, was ich an dem Berg hier nicht so geil finde, ist, der ist nicht so breit. Ich finde, der Berg ist nicht so breit. Wieso, wieso sind denn da vorne schon Häuser? Hä? Ach, scheiß drauf, ich lasse los. So. Ach, von den Villagern, okay. Hier ist Lava sogar. Digga, der Skin ist so respektlos, Digga. Dein Skin ist respektlos. Abo, was ist das denn für eine Scheiße? Warum? Bro. Der Skin ist ja überhaupt, Digga, der Araber-Skin, Digga, ist wirklich respektlos. Aber an der Ada bin ich. Ich hab' das gehe. Was für ein Talk? Was redest du da? Ich spiele das realistisch. Ich spiele das realistisch. Ich spiele das... Bist du ein Scheike aus Dubai, oder was? Ja, ich bin von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Carsten, aber ich finde, dein Skin ist richtig unpassend. Was ist das für ein Skinny Bob? Wer hat denn den ausgesucht? Was ist denn das für ein Skin von dir? Wer hat dieser Taler unten gefordert? Guck mal, wer hat den Skin denn ausgesucht? Das weiß ich nicht, aber du siehst wirklich nicht aus wie Carsten, Digga. Also, ich bin auch kein Profi, aber du musst dir jetzt erstmal einen Platz suchen, wo du ein Haus bauen willst, ne? Also, so dein Zuhause und dann muss man halt anfangen zu farben, Holz, Werkbank bauen und dann ein Boot und dann kannst du mit dem Boot in die Höhlen Diamanten farben und ähnliches. Wollen wir hier drüben unser Haus dicht nebeneinander bauen, aber dann sieht meine Bude neben deiner wenigstens aus wie eine Villa? Ja. Warte, komm. Ich werde mir eine kleine Kröchter-Holzhütte bauen. Also genau das Gegenteil von dem, wo du auf Madeira gerade chillst. Also ich würde hier drüben auf der Insel, also hier mein Haus irgendwo bauen. Und worum genau geht das Projekt jetzt? Einfach bauen, Spaß haben, aber auch Fitna machen, oder was? Oder muss man Fitna unbedingt machen? Du wärst unweigerlich in Fitna reingeraten, Digga. Das bleibt nicht aus. Aber wir machen keinen Fitna, oder? Kommt drauf an, wie viele Subs du da lässt. Ey, Jungs. Ey. Ich hab mal ne Frage. Wollt ihr hier was bauen? Ja. Wer ist hier gejoint? Mert. Ich bin's, weil ich wollte hier was bauen. Ja. Wollt ihr hier bauen? Dann geht's anders. Ja, wir wollten hier uns was bauen, aber du kannst natürlich auch hier bauen. Ist doch groß genug, das Gebiet. Ja, ich brauche das ganze Gebiet, deshalb. Was willst du bauen? Das ist die Schutzschuk-Fabrik, oder was? Nein, Digga. Energy-Firma hier. Ja, hier direkt so ein bisschen am Wasser irgendwie, ne? Also, wir können auch noch weiter siedeln, so ist es nicht. Wir müssen halt uns irgendwo ein Plätzchen suchen. Mein Twitch hat's gar nicht, Digga. Minecraft vor GTA 6. Also, Elotix in Minecraft. Ja, keine Ahnung, Chat. Ich hab mir vorgenommen, mal wieder öfters bei sowas einfach. Also, die Leute fragen ja immer, ne? Öfter. Mit Mario Kart und Minecraft. Und Eli hat ja auch ganz oft schon wegen Ammon-Ass gefragt. Und Monte schon tausendmal wegen Pummel-Party. Und ich dachte mir, hey, komm, lass mal einfach ausprobieren. Was kann schon passieren, außer dass ich lost bin, ne? Können wir auch schneller laufen? Ist doch das weh? Wenn du jetzt hier zum Beispiel, ich zeig dir einen Trick, wenn du jetzt hier runterspringst beispielsweise und dann unten, wenn du angekommen, also kurz bevor du aufgekommen bist, zweimal F5 drückst, kriegst du keinen Fallschaden. Zweimal F5 drückst? Ja. Aber dann wechsle ich doch meinen Charakter. Ja, aber das ist so, ja, aber das geht. Probier mal. Das ist nicht mit so einem Block unter dir bauen. Ne, ne, es gibt noch eine andere Variante mit Wasser, aber das ist nicht schlimm. Probier mal runter. Zweimal F5. Digga, warum hast du das mit mir gemacht? Warum, Digga? Ich dachte, es gibt einen, den ich vertrauen kann. Das bist du. Ich dachte, es gibt einen, den ich vertrauen kann. Das bist du, Digga. Er ist nicht mal gesprungen, er hat einfach losgelassen, Digga. Oh Gott. Achso, ich bin einfach gelaufen. Ja, du bist einfach an die Klippe und bist gesprungen, Digga. Wir bauen, wir bauen uns jetzt hier einen Ofen. Guck mal, ich baue jetzt hier einen Ofen hin, in die Mitte. Das ist meine Werkbank, weg da. Maul, du ... Wir bauen uns jetzt hier einen Ofen hin. Fresse. Wie oft warst du im Gym die letzten zwei Jahre, erzähl mal, mit deiner scheiß Kippe im Maul. Wie oft, Digga, wie oft warst du im Gym, hä? Ich war jetzt was als du. Ja, du scheiß Instagram-Pumper, Digga. Ja, na klar. Ja, du warst öfter als ich da, okay, aber hast einen fetteren Bauch als ich. Ja, Digga, du hast Instagram, Digga, und postest da nie was außer Werbung. Wer hat wen verraten, Digga? Quatsch mir nicht zu. Digga, ein Placement am Tag hat noch niemand geschadet, hab ich mir mal sagen lassen. Digga, sorry. Digga, wir sind einfach zu zweit und machen hier schon Fittler. Wir, Carsten, das ... Bro, wir sind wirklich nicht gegeneinander. Nein. Ja, aber nicht hauen. Carsten. Carsten, wir müssen jetzt los, komm. Oh Gott. Oh Gott. Yusuf, hast du den Minecraft-Sound gerade abgespielt? So ein Arsch, ey. Hat er mich verarscht. Das ist so eine Frechheit von dem. Charme-Eingabe-Feld. Mann, halt die Schnauze. Bildschirmelement ein von 14. Drücke die Tabulatortaste, um zum nächsten Element zu wechseln. Bro, ist respektlos. Oha. 1-8 Spielern schlafen. Digga, halt die Schnauze jetzt, Mann. Hätte ja jemand schon was gebaut. Eine Kirche? Hör auf, die Soundstar jetzt zu spielen, Digga. Das nervt. Wo schießt der auf mich? Oh Gott, der macht mich gleich kalt. Du bist gestorben. Verwende den Mauszeiger oder die Tabulatortaste, um ein... Bereit zu spielen. Bro. 1-8 Spielern... Mann! Wie mach ich das aus? Verwende den Mauszeiger oder die Tabulatortaste... Wie mach ich das aus? ... Unterdrückung aus Schaltfläche. Spielmenü... Fresse, Digga. Das war ja so unfassbar nervig, Bro. Ich kann halt auch... Also ich kann ja... Also Carsten müsste halt in die Gruppe wiederkommen. Ach, da ist Monte wieder. So ein Verräter bist du, Digga. Monte wird so sauer sein. Ja, hallo. Wo ist die Gruppe hin? Ja, du hattest doch eine Gruppe erstellt. Oldschool. Ja, du bist raus. Ja, ich wollte Rose helfen. Sie war am Verhungern. Und dann hab ich dich nicht wiedergefunden. Und ich war von ihrem Cosplay abgelenkt. Und dann ist sie in eine Höhle gefallen. Dann haben wir Schradin ganz alleine gefunden. Wollten ihm helfen. Aber Schradin hat sie nicht helfen lassen. Und dann ist Rose ertrunken. Und wo ist Schradin? Ich krieg Twitter Shitstorm. Bro, ich krieg Twitter Shitstorm. Ich hab sie verhungern und ertrinken lassen. Scheiß drauf, Digga. Distanz. Abstand. Hier. Oh. Nein, du hast es wieder genommen. Gib her die Steine. Hier. Du hast sie wieder genommen. Ich hab's aber nicht. Verpiss dich. Du bist zu langsam einfach. Halt die Schnauze. Du bist zu langsam. Hier, nimm jetzt. Zahl doch jemand wieder 100 Zaps dafür, dass er dir den Ofen baut. Hast du? Hä? Monte, hast du das Fleisch genommen? Nein, ich hab doch selber Fleisch. Ich bin fast tot. Gib bitte das Fleisch zurück. Du bist doch eh Veganer. Danke, Bro. Okay. Hab's Chat. Zack. Und jetzt Fleisch hier ran. So. Hä? Ich versteh das nicht. Warum hast du ein Brot? Gib auch Brot, bitte. Hast du Brot? Ja, ich hab Brot, ja. Wie hast du jetzt... Hier, Brot. Hier. Ich wollte das Fleisch da reinstecken, aber es ging nicht. Ich hab das Fleisch geklaut. Aber wie hast du es denn geklaut, wenn ich es in den Ofen legen will? Ich hab's aus dem Ofen wieder rausgenommen. Jetzt ist es drin. Ach so. Ach so. Geht das immer oder nur, weil wir in der Gruppe sind? Das geht immer. Immer braten. Ah ja, ich hab ja noch von Papa Montel hier Dinge geklaut. Brot. Gebraten das Fleisch. Unter uns... Au, 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 au. Pass auf, Karsten. Was, was, wo, wie, wie? Ich... Wie? Oh! Scheiße! Guck mal, wo wir sind, Digga. Und hier musst du jetzt richtig aufpassen, weil hier sind böse Ungeheuer. Aber hier sind zum Beispiel Diamanten und sowas auch. Und wofür sind die Diamanten? Diamanten ist, äh, ja, einfach der... Ah! Ah! Was mach ich? Oh nein, Leute! Ich hab gebrannt! Was hätt ich da machen können? Oh, ich war nicht mal in der Lava, ich war nur neben der Lava. Nein, 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 das stimmt nicht. Alles weg. Dann gehen wir jetzt auf die Suche. Was ist nochmal Eisen? Das hier ist Eisen, ne? Okay, gut. Also das hier ist Eisen, alles. Dann ist ja jetzt erstmal unsere Mission, Eisen klar machen, right? Verpiss dich! Eisen und Dias, ja. Verpiss dich. Bro, ich muss so weit laufen. Ach, Digga, scheiß drauf. Digga! Digga! Wer hat mich getötet? Was soll... Was soll das? Ey, ich hab nichts gemacht! Du hast mich getötet, Digga! Nein, hab ich nicht! Schwörst du auf deine Mutter? Ich bin aus Versehen gegen mich gelaufen und hatte... Wir sehen uns zweimal im Leben nochmal, Digga. Bau mal schön weiter deine Kirche. Deine Kirche wird brennen. Warum bist du so? Ich werd das Ding... Das war meine erste Mission, Digga. Das war... Ich werd Schradin seine Base sofort kaputt machen, Digga. Sofort. Er hat mich einfach getötet, Digga. Ich war AFK mit nichts. Haben wir uns hier eventuell von der Seite runter gebaut? Oh! Ja! Ja, 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 ja! Ich bin... Oh! Nein! Ne, doch nicht. Ach, scheiße, Digga! Ich hab gedacht, das ist die Stelle. Sie ist es aber nicht. Ja, ich war echt schon für meine Verhältnisse weit, Digga. Boah. Warte mal. Also theoretisch gesehen, ich geh jetzt als allererstes zu Schradin und fick ihn, Digga. Warte, warte, warte. Hier, nimm noch die sechs Eisen. Dann kannst du noch einen lockeren Helm bauen. Ich hab ihm sechs gegeben. Warte. Wo ist der Eisenhelm? Da. Meint ihr... Meint ihr, ich brauch auch noch... Ne, meint ihr, ich brauch Dings? Ich brauch noch... Hier, ein Brot. Du musst nur Leben laden, Essen und Schwerten. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Schild nicht, ne? Ja, aber gegen Schadi, ich bitte dich. Ja, aber sicher ist sicher. Habt ihr noch ein bisschen Holz? Ja, dann bau, wenn du kannst. Ich hab kein Holz. Was ich geb dir? Digga, ihr habt ja schon richtig... Ihr habt ja schon richtig... Dings, aber... Boah, der Breitenberg ist ein Penner. Ich hab alles gesammelt und ihm was gegeben. Er sah genau so aus wie du. Also... Also hast du Islam farmen lassen und hast nebenbei was gegessen, Digga. Oh, Kinderarbeit davon, das schlussier ich mich. Komm, wir gehen zur... Wir ficken jetzt Schradin, komm. Wo ist der? Ist der drin? Ne, er ist unten in der Höhle, er farmt. Wo ist er? Er ist unten in der Höhle. Siehst du das nicht, wenn du von hier gerade runter guckst? Wo, 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 wo? Ich weiß, wo die Höhle ist, komm mit. Ah, okay, komm, wir gehen runter. Wo ist er? Hier, hier, hier. Hier ist er reingelaufen, voll. Wo bist du, wo bist du? Ah, hier. Und ist jetzt... Warte mal, nee, warte mal. Er ist voll tief in der Höhle, kann das sein? Guck mal, wenn du hier zur Kirche guckst, siehst du seinen Namen? Ja, ja, sehe ich, ja. Ja, er ist da unten einfach. Meinst du, er hat unten hier drinne was? Ja, ja. Pass auf, nicht in den Routerfax. Da ist er, ich sehe ihn. So. Oh. Ist er gequittet? Ne, du hast ihn gequittet. So, besser ist das, Digga. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich war AFK und er hat mich getötet. Hallo, warum habt ihr mich geschlagen, ihr Pissnelken? Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schradding, Digga. Du hast mich eben AFK getötet. Das ist doch nur fair. Ja, es war aber aus Versehen. Nein, es war nicht aus Versehen. Ich hatte volles Leben. Du redest Spaß dran. Ich habe geprobt, ich habe geübt an dir. Ja, ich auch gerade. Warum wollt ihr denn alle Schweiz sein? Auge um Auge, Zahn um Zahn ist bei mir. Ich mache von niemandem was. Wer hat mich geschlagen? Monte. Nein, 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 habe ich nicht. Habe ich nicht. Monte, ohne Scheiß. Geh runter mit deinem Fettarsch, mit deinem Faltenarsch, Digga. Monte, ich bin... Oh, was hast du das gemacht? Das war Monte. Oh. Monte, wieso? Ja, weil er seinen faltigen Arsch bei mir rauf gemacht hat. Ganz ehrlich verstehe ich, das war Selbstverteidigung. Das war Körperverletzung, was der da gerade gemacht hat, ja? Ja, 100%, 100%. Warte. Gut. So. Sammel... Oh, guck mal hier, Carsten, guck mal. Oh, da war doch jemand Sträh. Guck mal hier, das sind die Kisten, die wir wollen. Hallo? Hallo? Oh. Ich habe jetzt eine Frage, du bist du mit Elter? Ich bin nicht mit Elter. Er sagt, er ist mit dir unterwegs. Oh, Elquaria, was geht? Hallo, Carsten. Hallo? 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 Das sind so Kisten, die in der Höhle sind mit Loot drinne. Okay, Kisten mit Loot gibt's in Höhlen, alles klar. Ist aber ein bisschen unlogisch, oder? Ach, Digga, scheiß drauf. Ach, Digga. Ach, weißt du was, Carsten? Ey, Scheiß, Digga, ist das so... Das ist wirklich crazy, was du da für einen Breakdance machst, Digga. Und deine Sachen sind... Eisenwegen macht Lava gar kein Damage in Elter. Und deine Sachen verbrennen in der Lava, größtenteils. Oh, guck mal hier, Chat. Aber mal eine ganz kurze Frage. Schaffe ich das mit der Eisenrüstung, ihn zu töten? Ja, ne? Wer ist da, irgendein spezieller Gegner, oder was? Ja, da ist ein Ungeheuer, in Anführungszeichen, in komplett goldener Rüstung. Und was gibt der an Belohnungen? Naja, die goldene Rüstung beispielsweise. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Oh, hier liegt ja Free Loot. Ey, Bruder, ey, Montel, Montel, mach dich. Digga, hier liegt ja komplett Free Loot, Alter. Boah. Ey, Bruder, wie ein Creeper töte mich. Ey, Sid, kommst du zum Spawn? Ey, warte mal, ich muss mal ein Schild machen. Oh mein Gott, alle meine Sachen. Ob sie ja da, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Ey, warte mal, du hast das eingesammelt, du Wichser. Nein! Das ist schwer zu verstehen. Ey, meine, meine, wo sind meine Sachen? Du Wichser, ich hab viermal gesagt, wenn du noch einmal mich schlägst, töd ich dich. Du schwarzst, du klaust doch auf meine Sachen was, hä? Ich hab nicht geklaut. Ich muss Carsten an die Hand nehmen, Digga. Ich muss Carsten an die Hand nehmen. Carsten ist demotiviert. Ich hab's gerade aus seiner Stimme rausgehört. So, aus Prinzip erst nochmal zu Schradin seiner Bude und nochmal ein bisschen was Schrott machen und klauen. Oh, lol. Hat Schradin schon aufgegeben, oder was? Hat Schradin schon aufgegeben? Aha. Guck mal, guck mal, guck mal. Der ist so dumm, ey. Der denkt wirklich, dass er das nicht peilt, Digga. Komplett leer. Ach, Chat, ich, also, also, ich sage euch, Minecraft ist maximale Liebe und es war auf jeden Fall, oh, geil, Digga. Ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Scheiße. Äh, Diamanthacke? Macht eine Diamanthacke Sinn? Ich könnte Carsten Diamantschmerz, ich könnte, ich könnte Carsten, eine Diamantschaufel macht Sinn. So. Ich schenke Carsten, ich schenke Carsten, glaube ich, eine Diamantschaufel. Ist Diamantschaufel scheiße, Chat? Oder was? Warum lacht ihr? Ist Diamantschaufel scheiße? Egal. Kann ich es wieder zurückbauen? Rohat. Hast du noch ein bisschen was zu essen, Bro? Wer hat hier Sucuk verarbeitet? Oder Maus, bitte verpiss dich, ja, nerv mich nicht. Bitte, ja, ein Schaf. Was willst du mit Schafen? Nein, verpiss dich hier, ich bin nicht so ein Woller. Ich will auch nur ein Bett bauen. Nein, du kriegst hier nichts. Da, da, Monten. Ja, danke. Sehr nett. Was wollt ihr mit diesen Schafen machen? Er ist auf dem Feld getreten. Er ist auf dem Feld getreten. Ich brauche Wolle. Wofür? Digga, man kann Schafe mähen, Digga? Rot-Weiß-Rolle, machst du wieder eine Türkei-Flagge? Sei ehrlich. Amit, ich schwöre, ich ficke dich, du kleiner Bastard. Wieso mich? Ich habe gesehen, dass du geschossen hast, du Hund. Aus Spaß, Bruder. Ich lasse dir einen durch. Du hast ein Schaf geschlachtet, ohne ein bisschen Lach zu sagen, okay? Oha. Alles gut, Bruder. Ich lasse das durchgehen. Ey, was ist mit deinem Hund? Rohat hat dein Hund angegriffen. Ey, 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 mach, sag, mach rechtig auf den. Der gehört, der gehört Motte, glaube ich. Fick ihn. Mach rechtig auf den. Fick ihn. Ey, ich will ihn nicht töten. Fick ihn, Digga. Ich will ihn nicht töten. Scheiß auf den Köter. Nimm gehört er. Nenn den Hund Veni. Ja, ey, Digga, hallo. Gibt's doch noch andere Menschen, die so heißen. Was ist los, Alter? Merth, hör mir zu. Gott ist mein Zeuge. Gott ist mein Zeuge. Ich wusste nicht, dass ein Tier gestorben ist. Okay. Äh, Merth. Ich hoffe, du merkst dir das im Positiven. Also, ich habe da vorhin so gehört. Mal gucken, ob ich treffen kann. Boah. Ja, ich danke euch. Lass uns mal durchgehen. Lass uns durchgehen. Scheiß drauf. Ey, Rohat. Ja, ja. Seit wann bist du eigentlich so ein geiziger Wichser geworden? Ein Brathähnchen, Digga. Was soll ich denn damit machen, Alter? Oder gerade Inflation. Was soll ich dir sagen? Ich habe kein Essen auf dem Server. Ich habe auch kein Ding. Hier, hier, ein Steak kann ich noch ansiedeln. Besser, Mann. Kuss. Werde ich nicht vergessen. So, ich muss jetzt mal Carsten an die Hand nehmen. Der ist so verloren. So, Carsten, wir werden jetzt für dich, äh, wir werden dich jetzt motivieren. Schöner geht's nicht. Schon schön, ja. Wunderschön. Könnte auch wirklich öfters kommen. Öfter. Öfters gibt's nicht, Carsten. Sag es nochmal richtig, mein Schatz. Was denn nochmal, bitte? Das heißt öfter, nicht öfters. Öfters gibt es nicht. Moment. Warum ist hier mitten im Nichts? Was ist denn oben rechts? Ich sehe auf einmal da immer ein Löffel. Oh mein Gott. Ach, weil ich das an... Gebeine... Äh, weil... Äh. Schnellzugriff oder so eine Scheiße. Äh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein. Nicht sterben. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Hab ich... Oh, der leckt mich am Arsch. Ach, das ist ein Buff vom Tempel. Was ist das für ein Buff? Carsten, hier, komm mal her. Guck mal, mein Schatz. So bin ich zu dir. Okay, wo sind wir jetzt gelandet, Bro? Wir sind in der Sandhülle. Hm. Okay, Skelett weggemacht. Hast du eine Fackel für mich? Gleich. Warte. Äh, normalerweise kannst du auch... Äh, mit... Mit... Hallo? Hallo, Max. Hast du eine Wüste gefunden? Ja. Ich bin in der Wüste. Alter, die wurden seltener gemacht. Oh, okay. Super. Ja, dank. Wusste ich nicht, aber cool, dass du Bescheid gesagt hast. Ein Diamond gegen ein Kaktus. Äh, ja, kein Problem. Ich kann dir gleich Kakteen ordentlich mitbringen, wenn du möchtest. Geil. Easy. Aber wo sind Kakteen? Äh, Kakteen ist eigentlich völlig nutzlos. Aber es ist etwas, was du verbrennen kannst und kompostieren kannst. Beides. Und wenn du ein Item verbrennst, kriegst du ein XP, also eine Erfahrung, aus dem Ofen. Und es ist das Item, was sich am leichtesten multiplizieren lässt mit einer Farm. Es kriegt wirklich die leichteste Farm im ganzen Spiel. Und dann was? Was willst du dann damit haben? Ganz viel Kaktus? Äh, den kannst du verbrennen, hast du ganz viel XP. Und mit XP kannst du deine Waffen heil machen, kannst dich verzaubern, OP werden. Erfahrung ist wahnsinnig wichtig. Also es ist die schlechteste Kaktus-Farm, also die schlechteste XP-Farm. Aber dafür ist sie so unfassbar einfach zu bauen. Okay, geschnallt. Ich hab dich schon wieder verloren, Montel. Ja, krass. Das nervt auch ein bisschen, Digga. Echt? Ja. Ich weiß nicht. Ich seh dich leider auch nicht durch die Wand oder so. Nee, wäre cool, wenn du einfach folgen könntest. Du bist so hier durch... Boah, Digga, geil. Carsten, wo bist du denn jetzt? Ich bin in irgendeinen Spalt rein. Boah, ich seh dich, ich seh dich. Boah, ist das schön hier, Mann. Ach, guck mal, Carsten, mein Süßen. Guck mal hier. Guck mal her. Hast du Diamanten gefunden? Ja. Das sind hier Diamanten, Digga. Das ist das, weswegen wir hier sind. Lass mich mal abbauen, Digga. Sag mal, geht's doch, oder was? Ich hab einen Diamant auf Tasche jetzt. Ey! Du Sackratte. Ich ertrink, Montel. Ernsthaft jetzt? Ich ertrink, nein, doch nicht. Doch, ich ertrink, ich ertrink, doch nicht. Ich ertrink, ich ertrink. Was machst du denn? Ich ertrink, ich ertrink. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Meine Fresse. Du bist ja so verloren, Junge. Das ist ja wirklich, also... Ich hab noch eine Möhre auf Tasche. Ja, steckt die dich in den Arsch. Wollt ihr die Laber? Ich hab Angst, bitte hilf mir. Bro, du hast drei Meter Platz. Komm jetzt. Ich mach hier Ding, um auf Nummer sicher zu gehen. So, guck mal. Glückwunsch. Falls da noch ein paar Leute langsteppen. So, wir müssen aber wieder zurück. Ja, guck. Vielleicht hat die Lava dich gehittet, wenn ich jetzt das nicht hingebaut hätte. Wir wollen jetzt nach oben, komm. Mit dem Wasser nach oben jetzt hier, komm. Ich will auch hoch hinaus. Mal, Junge, die läuft bei euch. Oh, Carsten ist noch ein bisschen in... Wir sind noch im Lernprozess. Zack, offhand. Und dann ist man jetzt so bewaffnet. Muss man das Schild... Oh! Monte, dieser Spider-Typ ist da. Nicht angucken. Komm jetzt ins Standsboot, bau ab. Guck ihn nicht an. Bau deine Werkbank ab. Ich, ja, ich, ich baue ab. Nicht den angucken. Ah, ich guck ihn nicht an. Komm schnell. Er ist weg. Er kommt gleich wieder. Komm jetzt! Ich hab ihn angeguckt! Komm jetzt! Darfst doch noch du. Den darfst du nicht angucken, Digga. Der macht dich nackig. Ja, dann teleportiert er sich, ne? Ja, ja, der... Also, man kann ihn schon töten, aber du würdest da verrecken. Wo ist ein Dorf, Chad? Ich sehe hier kein Dorf. Da kommt das Dorf. Twitch-et-weise. Ah! Nichts töten, das sind Villager. Ja, okay, hab ich geschnallt. Da kannst du auch handeln und ähnliches, ne? Oder, Chad? Wie funktioniert... Wie funktioniert das mit der Schatzkarte, Chad? Hat man dann so eine Art Nebenquest und kann da looten dann? Also, kann den Loot suchen? Quasi einen Hinweis, wo der Loot ist. Und dann kann man ihn auch selber finden oder hat man dann auch einen Schlüssel oder so? Also, ich hab das mal mit der Schatzkarte probiert und ich bin ehrlich, Chad, ich hab das nicht... Wieso komm ich hier nicht mehr raus? Hä? Ich auch nicht weg, hä? Ja, ich komm auch nicht hier drüber. So, jetzt. Oh nein, jetzt sind die sauer. Du hast den Garten kaputt gemacht. Nein, das ist scheißegal. Hier ist ein Bett, das klau ich mir. 3, 2, 1, meins. Carsten, danke, hat mir das Bett geklaut. Arschloch. Ich hab Kaninchenfell gezogen. Heu abbauen. Heu abbauen. Ja, erstmal in die Kisten gucken, Digga. Oh, was ist das denn? Warum? Also, darf man die Leute berauben oder kommt dann irgendwann, keine Ahnung, SEK-Einsatz bei dir? Was bringt mir das jetzt, Chad, hier? Was muss ich hier noch reinmachen? Da ist der Schatz. Ach, Digga, scheiß drauf. Drei Werkbänke? Ja, Bruder, falls ich mal wieder eine verliere. Ich liebe dieses Geräusch von den Villager, ne? Ich bin einfach immer noch Level 1, ne? Werden die nicht sauer, wenn man denen hier irgendwas klaut? Monty? Ne. Du kannst dich auch töten, wenn du willst. Also, das ist kein Problem. Oh, mein Gott. Okay, wirklich nicht? Bro, der hat voll die große Nase. Das bist du, Digga. Das bist du eins zu eins, du, Bro. Wirklich. Wenn du dir einen Skin machst, dann das. Nichts gibt es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich werde angegriffen. Oh, mein Gott. Oh, bin ich gut. Hilfe, Monty, ich werde angegriffen. Warte. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich habe Breakdance wieder gemacht. Gepanickt, Digga. Ich habe kein Essen gehabt. Bist du tot? Ja. Bro, es ist doch nicht normal. Also, ach, Digga, Scheiße. Wirklich. Ach, Digga, Carsten. Benutzt man überhaupt das Schild? Du erklärst halt auch nichts. Ja, genau. Ich bin wieder schuld. Ja, irgendjemand muss ja schuld sein. Ja, alles klar, Carsten. Hey, Digga. Also, wirklich. Ach, Digga, Scheiße. Kann ich mich zu dir teleportieren? Oder ist das Ding jetzt over? Das Ding ist over. Dann frag jemanden, ob er ein Boot, du brauchst eigentlich nur ein Boot und ein bisschen was zu essen. Ich packe auf jeden Fall, mehr kann ich jetzt nicht für dich tun. Ich packe alle deine Sachen hier in die Kiste. Du musst nur wieder hierher kommen und alles, was du hattest, wirst du wieder haben. Okay? Mehr kann ich nicht machen, Bro. Hey, was machst du da? Oh. Ich? Der Kasten. Achso. Nein, der Kasten, der klaut hier in meiner Kiste rum. Der Kasten Cola oder was? Ja, hier, der. Hä? Ja, genau. Der Kasten Cola, Digga. Rose ist einfach eine Legende. Du heißt doch so. Ja. Kasten, ja, klar. Wer kennt die nicht? Wild. Carsten, ich hau hier ab. Mit ganz viel Liebe. Nein, Monte, warte doch, ich bin jetzt gleich unterwegs. Bro, du brauchst doch eine halbe Stunde, bis du da bist, Digga, und auf dem Weg stirbst du zweimal. Ich hab losgelassen. Wirklich, ich hab losgelassen, Digga. Okay. Ich hab dir da auf Bruderbasis eine Kiste hingetan, wo dein Lut drin ist. Du musst einfach nur mit dem Paddelboot dahin paddeln und nicht zu weit nach vorne setzen, weil sonst gehst du unter, weil deine Nase dich runterzieht. So. Kannst du die Kiste markieren, bitte? Das ist bei deinem letzten Todespunkt. Ich bin ja schon wieder so oft gestorben, dass mein letzter Todes... 3.000 Meter. Ach, Digga, scheiß drauf, der Typ. Digga, scheiß drauf, Digga, wirklich. Darauf erst mal den Kasten cooler. Digga, ist doch nicht respektlos, Mann. Ich liebe Leute. Ohne Chat, ohne Scheiß-Chat. Ich find Minecraft, es macht einfach Spaß, weil ihr auch einfach coole Leute seid und nicht so toxisch unterwegs seid, ey, mach das so, mach das so, mach das so. Sondern es macht richtig Spaß, ein Spiel, was ihr alle schon in der Kindheit gesuchtet habt, gemeinsam mit euch nochmal für mich als alter, erwachsener Mann neu zu entdecken. Das macht wirklich Spaß. Das enjoy ich, Digga. Das enjoy ich. Und ich weiß momentan auch weniger Streams gewesen, aber ihr wisst, das hab ich euch immer gesagt, wenn Onkel Monte grad kein Spiel hat, wo er so krass reinsuchtet oder im Real Life auch ein bisschen was zu tun hat, dann macht er auch nicht auf Krampf den Stream an. Aber jetzt so Minecraft-mäßig bin ich wieder so motiviert, ich hab so Bock zu streamen, Digga. Also das Minecraft-Projekt hab ich voll Bock drauf. Dann kommt noch am fünften OG Fortnite, Digga. Boah. Hier machen wir eine kleine Weizenfarm. Am Wasser besser. Meint, ist es wirklich so? Ist Wasser besser? Oh, die Musik. Einmal kurz genießen. Listening in den Chat. Ist das schön. Äh, Bario, danke dir für 6 Euro. Ich komm gleich mit meinem Mähdrescher aus dem Farmsimulator und nimm dir deine Ernte weg. Maul. Für meine Verhältnisse, hier hab ich schon mal für Lebensmittelwert hier gesorgt. Okay, ein kleiner Bauernhof. Ja. Mhm. Okay, schön. Mhm. Ey, sehr idyllisch hast du's hier. Schön. Ja, hier. Kannst du schöne Sterne beobachten nach. Ist für mich, äh, also für, äh, Digi, ich, äh, bin ja, warte mal, äh, ich bin ja das erste Mal jetzt gefühlt von alleine, sonst hab ich mich ja immer nur reingekauft. Ja, das war auch Schradins Problem. Aber das Problem ist, wenn du's nicht lernst, dann, äh, bist du halt immer gefickt die ganze Zeit, ne? Hundertprozentig, Digga. Deswegen, äh, deswegen hab ich ja auch einfach Bock jetzt reinzusuchen, weißt du, wie ich mein? Gut. So, richtet ihr den anderen Leuten schöne Grüße aus. Ich werde jetzt durchziehen und morgen wiederkommen. Ja, geil, Digi. Okay. Ich glaub, ich mach ja noch ein bisschen Nachtschicht. Lisi, ich wünsch dir viel Spaß. Ja, dann sehen wir uns, sehen wir uns morgen, wa? Ja. Wenn du was brauchst, mein Freund, meld dich. Machen wir, so. Ciao, ciao. Tschau. Tschüssi. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.